Also, ich legte im Bett neben diesem Mädchen und lag. Was? Du hast im Bett gelegen, nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du lebst Eier, du lebst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören, oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik hoch? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähle ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe!